Nach Erdrutschen und Überschwemmungen infolge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 94 gestiegen. Dies ging aus einer Mitteilung der Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro hervor. Demnach waren acht Kinder unter den Opfern. Die Zahl der Toten können noch steigen, zitierte die Nachrichtenagentur Agencia Brasil, den Bürgermeister von Petropolis, Rubens Bomtempo. Die Zahl der Verschütteten war zunächst nicht bekannt. Insgesamt 21 Personen wurden nach Angaben der Regierung des Bundesstaates lebend gerettet. Mindestens 80 Häuser wurden von einer Schlammlawine erfasst. Mehr als 300 Personen mussten demnach ihre Häuser verlassen. Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten waren im Einsatz. Unsere Aufgabe ist es nun, das Leben in der Stadt wieder in Gang zu bringen, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Claudio Castro. Wir haben Teams und Maschinen mobilisiert und werden alles Nötige tun, um die Stadt wieder aufzubauen und den Schmerz der Familien der Opfer zu lindern. Am Dienstag hat es nach Angaben des Meteorologie-Senders Klimatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den gesamten Monat Februar erwartet worden war. Hänge rutschten ab, Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen waren blockiert. Bei einer Unwetterkatastrophe im Bergland von Rio im Jahr 2011 waren mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen. Sie galt als die schlimmste in der Geschichte Brasiliens.